moin se meine freunde und herzlich willkommen zurück zum kebab simulator heute wollen wir cupcakes backen und dazu beeilen wir uns ein bisschen denn die müssen auch noch abkühlen bevor wir sie servieren können ich habe ich schon alles vorbereitet die dinge werden mit sternfrucht gemacht ihr glaubt es kaum so er lasst uns mal das mehl nehmen und da rein zucker da rein die schokolade wie macht man das ok da rein und ein drei stück eins und weg geschmissen und drei so einmal mission so cupcake hier sehr schön so wir werden erst mal was ich hier machen okay ich glaube merkt von der ähnlich ross hat ist nicht viel überhaupt nicht viel na gut da machen wir jetzt das topping würde ich sagen die sternfrucht und die milch so dass einmal kneten sieht jetzt nicht so lecker aus ok im ofen backen dann beeilen wir uns mal ein bisschen aber ich brauchen die nicht so lang noch mal gucken wo er ganz normal brauchen okay dann würde ich doch einfach mal noch mal momentchen mal da passt das nicht so zucker hier schokolade was ist mal dahin wird dann machen wir da doch noch ich brauche noch eine schale ich nehme euch so okay das da rein das da rein das da rein und drei eier und das sind die letzten ok naja passt so ok natürlich natürlich auch wie schaut sie hinten aus da bisserl noch so ok eins zwei drei und vier perfekt oh das war ganz knapp freunde das war echt knapp so jetzt schnell da rein hier das topping drauf boah das reicht ja für noch mehr wisst ihr was die ein haben wir ja jetzt schon machen wir einfach noch welche wir haben es ja so lange wie das topping reicht perfekt so mach auf hier schokolade ähm wo waren denn die eier hier nicht hier habe ich eier drin eigentlich wollte ich das ganze ding mitnehmen hätte ich aber vielleicht da drücken sollen so einmal hinter zwei und drei und noch einmal soja wenn ihr aufhören müssen hier nicht ewig lange rumrödel müssen dass wir sollen das mal der schreck lage und ist der schiefe cupcake von heb up town oder passen noch mehr das ist gut oder so während die hier am abkühlen sie wie schaut es aus immer noch zu warm gut dann geht es weiter wir haben ja zeit moment schokolade das ist eh ok klappe zu und jetzt wieder f das ist immer so es bringt ein komplett durcheinander mal hier drücken mal da drückt mal dort drücken noch einmal cupcake ok ist auch mein letztes tablet da müsste jetzt also ich denke mal dass die das topping jetzt auch fertig ist große muss jetzt auch alle ja immer noch nicht das ist krass habe ich denn noch ja ich habe hier noch tablet da ist auch noch tablet habe ich hier noch ein tablet drin tablet 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 warum habe ich so wenige tablet auch ich glaube ich habe noch ein 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 ja keine tablets mehr alle weg was habe ich mit ihnen getan weiß ich könnte das hier auf einer teller drauf packen die fertigen kommen einfach auf ein tablet auf den Teller. So. So. Damit sie einmal komplett auskühlen. Noch zurück in den Kühlschrank. So. Und dann machen wir halt noch einmal. Was willst du machen? Komm. Bis das leer ist. Schokolade. Auf E. So. Klappe wieder zu. Und Ei. Uno. Due. Fress. So. Okay. Fertig. Du musst ja auch lange drücken. Sonst wird das nichts. Okay. Jetzt bist du aber fertig, oder? Ja. Gut. Halt. So. Kann der da hin. Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Äh. Geht in den Ofen. Klappe zu. Und an. Fertig. So. Hier ist schon alles drauf. Schaut's aus. Yep. Sehr schön. Dann können wir hiermit auch starten. Und. 96. Ist klar. Ich hab doch alles drin. Ich hab's sogar der Reihe nachgemacht. Wollte mich veräppeln. Aber sowas von. Okay. Egal. So. Tür auf. Ihr habt was zu tun. Ihr. Naja. Dann. Ich sag's lieber nicht. Für was ich die jetzt gerade halte. Schaut's hier aus. Oh. Die können noch ein bisschen. So. Ja. Lecker, oder? So. Das Einzige, was ich mich kümmern muss, ist das hier. Der Rest ist eigentlich schon komplett vorhanden. Oh. Ist ja gut. Alle durch. Sehr schön. So. Dann kommen hier vorne mal so zwei Stück rein. Zwei, drei Stück. Wenn's passt natürlich nur. Aber den Rest packen wir nach hinten. Schau mal. Oh. Das dürfte eigentlich komplett reinpassen hier. So. Und die hier noch. Eieieiei. Ah. Passt schon. Guck's hier raus. Nö. Sehr schön. So, Freunde. Der Terror kann losgehen. Ah. Warte. Warte. Das können wir direkt mal wieder. So. Und jetzt entspannt zurücklehnen. Und fertig ist. Oh. Ich sollte vielleicht nochmal Croissants backen, oder? So. Das zum Thema. Entspannt zurücklehnen. Mh. Croissants. So. Ach. Warum dauert denn das immer so lange hier? Mehl, Hefe, Zucker. Mehl. Hefe. Zucker. Und. Hey. Butter. Das müssen wir alle. Ging aber schnell jetzt. Kuchen. Okay. Guck's schön. Der Rest hat noch ein bisschen Zeit. So. Was haben wir hier drinne? Alles drinne? Soweit es muss, ja? Okay. Dann. Einmal ändern. Auf. Croissant. Kannst du aufhören. Ähm. So. Jetzt brauche ich vielleicht doch wieder den Teller. Ähm. Warten. Was ist los bei euch? Okay. Das Ding da. Havon haben wir genug. Okay. Sehr schön. So. Ähm. Was ist mit dir los? Kann ich hier das greifen? Nein. Ja. Geht natürlich nicht im Blütschrank. Ich brauche Platz. So. Hier für die Croissants. Okay. Das reicht jetzt erstmal. So. Haben wir zwei. Für die Croissants. Weiß gar nicht. So viel kommen da eh nicht raus, ne? Sind doch nur acht, glaube ich, ne? So. Dann machen wir das hier so. Ja. Ich glaube, acht Stück kommen da nur raus. Ey, 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 ey. Oh. Oh. Weil ich so viel gesehen habe hier. Mh. Mh. Ja. Schmeckt lecker, oder? Ja. So. Das da. Und das da. Sehr schön. So. Croissant im Ofen. Wie schaut es hier aus? So. Ist noch alles in Butter. Apropos Butter. So. Rein damit. Dann. Mehl. Käfel. Und Zucker. Und dann mit dir. Croissant. Und. Du hier hin. Aus. Weiter geht's. Warum ist das eigentlich immer so krumm? Was soll denn das? Das gefällt mir gar nicht. So. Level 98. Was meint ihr? Oh. Da ist was leer. Kommen wir auf Level 100 noch? In dieser Folge? Schaffen wir das? Ich nehme eure Wetten an. So. Oh. Da ist noch was leer. Die stehen aber schräg. Komm. Hör mal an. Was ist leer? Okay. Croissant. Was möchte der? Croissant. Dann. Rauf damit. Ist jemand da, der böse ist wegen den Muffins? Nö. Okay. So. Kuchen haben wir noch ein Stückchen. Dann nehmen wir hier doch mal ein Tellerchen. So. Und. Das Ding hier raus. Haben wir hier hin. Kuchenstückchen. Bam. Fertig. Gut. Wie schaut's hier bei euch aus, Leute? Für noch ein bisschen. So. 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 Was sagt denn der nächste Gourmet? Aha. Noch zwei Stück. Vor den Sugar Pears. So. Okay. Dass sie goldbraun werden. Danke. Hm. Was ist leer? Muffin. Ah. Da möchte jemand Muffin haben. Okay. Schon unterwegs. Bitte kein Stress. Muffin. Okay. Moment. Damit wir hier keinen Verlust machen. Kommt das erst rein, wenn jemand das haben will. So. Croissant. Komm her. Oh. Ja. Du musst auch aufmachen. Das ist Lusch wieder. Oh oh. Die Dinger. Die haben wir ja auch noch. So. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Ander mit. Wurde. So. Was haben wir? Natürlich. Hähnchenflügel. Du mich auch. Ist es denn wahr? War klar, dass die immer dann ankommen, wenn es gerade leer ist, ne? Das machen die mit purer Absicht. Muffin haben wir da. Ja. Ja, chill. Ne? Nicht direkt ausflippen. Alles gut. Geht gleich rund hier. Mach's einen Moment. So. Level 99, Freunde. Nicht mehr lange. Dann sind wir bei der 100 angekommen. Der Tag ist noch nicht vorbei. Das heißt, wir könnten Glück haben. Sowas von Glück. So, da will noch jemand Muffin haben. Kuchen ist leer und Sugar Peer ist leer. Sugar Peer ist leer. Das reimt sich sogar. Aber der möchte das. Okay, dann kriegst du das. Vielleicht kriegen wir diese zwei dann auch noch los. Kuchen. Okay. Kein Problem. Hier. Sugar Peer sind hier, Kollege. Muffin. So. Okay. So. Wie schaut's hier aus? Müssen wir auch noch rein. Oh. Erledigt. Wir können den nächsten Gourmet einladen. Und das werden wir dann doch auch direkt machen, oder? So. Was ist hier los? Nix. Okay, Freunde. Wir laden ihn direkt ein. Dass er morgen hier angetanzt kommt. Das wird lustig. Definitiv. Sollten wir ihn besiegen, bekommen wir dann endlich neue Rezepte. Und zwar hier, das zum Beispiel. Ne. Deshalb 260. Ups. Wir sind bei 133. Eieiei. Das dauert aber noch. Hier. Kuchen. Äh, ne. Torte. Ravioli bekommen wir aber. Das bekommen wir definitiv. Und sonst nichts? Oh Gott. Ich bin so eine arme Sau. Oh Gott. Oh Gott. Croissants. Okay. Ja. Ist ja schon gut. Ich mach ja schon. Boah, wie gut, dass ich alles so perfekt vorbereitet habe. Leute, ich bin nicht einmal ins Schwitzen gekommen heute. Gut, oder? Das machst du aber brav. Ja, sieh zu. Wir haben keine Teller mehr im Schrank. So. Muffin. Okay, von jedem ist noch einer weggegangen. Das ist gut. Oh ja. Okay. Das heißt, wir machen keinen Verlust heute. Das ist gut. Level 100. Da haben wir es. Geil. Geile Sache. So, 133. Wenn wir Glück haben, kommen wir hier halt überall ein bisschen höher. Ja. Hier vielleicht auf sieben. Vielleicht hier sogar auf fünf. Hier kommen wir auf jeden Fall ein bisschen höher. Haben wir noch ein paar extra Punkte. So. Sugar Pear und Hähnchenflügel. Okay. Entschuldigt bitte, dass das heute so eine langweilige Folge ist, weil ich heute alles perfekt hinbekommen habe. Kein Stress, keine Probleme. Ich bin richtig stolz auf mich heute. Obwohl, na, der Tag ist noch nicht vorbei, ne? Also. Okay, Muffin alle. Aber würde nix machen. Wir haben ja noch welche im Kühlschrank. Ja, mach schön sauber, mein Freund. So, so, so. Ich glaube, es ist geschafft. Die geht nach Hause. Ja. Ja, komm. Die machen halt nicht hin, ne? Dann mache ich das halt. So, ich glaube. Tag ist vorbei. Haha. Sehr gut. Level 100. Ich habe keinen Stress gehabt heute. Ich fühle mich richtig gut. Hier, sauber machen. Zack, zack. Hier, den auch. So, was haben wir hier? Der ist sauber. Haha, den habe ich weggepackt. Oh, oh. Ähm. Ja, der ist sauber. Gut, den lassen wir gleich hier stehen für morgen, ne? So wie den hier. Tada. Brav. Sehr brav. So, das alles müssen wir jetzt denn nur noch wegräumen. Haben wir hier noch irgendwas stehen? Boah, die Eier können. Die machen hier keinen Stress. So. Ähm, ja, da unten haben wir genug Platz. So. Dann. Die Dinger einmal rein. Mach auf die Tür. Du kannst mal... Komm, hier nach oben. Oh. Ja, Handyflüge muss ich da mal kaufen. Aber kein Problem. Das kriegen wir ohne Probleme hin. So. Oh. Wollt er nehmen. Klick. Ja, nimm ihn doch. Nimmst du ihn? Hallo. Er wollte ihn nicht haben. Habt ihr das gesehen? Ähm. Warte. Millimeter zurück. Boah, diese Millimeterarbeit hier, ne? Das ist echt anstrengend. So. Zack. Der da noch? Supi. Jetzt hier Kuchen. Ja, mach mal so. Egal. Nein. Ich müsste... So eine Theke mal vorne haben. Damit ich so für die Backwaren nicht immer nach hinten rennen muss, ne? Am besten hier irgendwie so, aber... Äh, da fehlt mir mein Arbeitsplatz. Na, ich guck mal. Vielleicht... Oh. Croissant. Noch ein Croissant. Beziehungsweise ein Teller. Okay, so. Das kann stehen bleiben. Hier ist nix. Alles in Ordnung. Perfekt. Und du halt mal die Backen. Okay, hier ist alles drinnen. Leute. Das war's. Es geht nach Hause. Na ja. Dum, bi, dum, bi, dum, bi, dum. So. Ich freue mich, dass das alles so gut geklappt hat heute. Morgen früh nur noch ein paar Hähnchenflügel besorgen. Und dann ist alles gut. Wir haben wieder 233.000. So. Cupcake ist von 1 auf 3 geschossen. Okay. Wir haben 53.000 gut gemacht. Wir haben zweieinhalb ausgegeben. Und 3,3. Also 3.300 durch die automatischen Einnahmen. Also ein fettes Plus. So. Was ist das? Aha. Das ist... Warte, lass mich mal nach oben. Okay. 140. Achso. Ich muss es ja erst freischalten. Sonst sehen wir es ja nirgends. Ist ja klar, ne? Der Wurstgrill. So ist das. Okay. 140. Aber vielleicht haben wir ja Glück und wir kommen auf 150 wenigstens. Okay, meine Freunde. Wir haben es schon wieder überzogen. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Und ich hätte gerne ein paar Glückwünsche für Level 100. Ich habe es geschafft in diesem Leben noch. So. Und in diesem Sinne, guten Appetit und ciao.